Jetzt hab ich das schon wieder vergessen, ey. Willst du noch nachträglich grad ne Ansage machen? Erst? Ja! Mach's gut! Äh, hey genas und herzlich willkommen zu nem weiteren Solo-Doo-Ranket mit dem Set, der... Ach, schade. Leider nicht sterben will. Äh, mit Luxenhofer zusammen. Hallo! Die grad, äh, unten First Blood Gold haben. Schade! I have felt this corruption before. Ja, Twitter-Chang! Oh, da ist der Set wieder fast gestorben. Okay, also es ist, äh, ein Set-Main. Nicht. Äh, der wartet jetzt, bis ich, äh, Thunderlord wieder hab. Nämlich ein freundlicher Set. I will be rebirthed. Oh, shit. Was ist das? Und Zed ist tot. Ja, das ist immer so befriedigend, einen Astaxin zu töten. Vor allem Zed. Oh ja. Oder Yasuo. Oh, das ist noch viel. Also, für Yasuo würde ich ja dreimal Flächen alle Ultis der Welt benutzen. Für mich gibt es keinen größeren Taunt als... Yasuo. Ja, Yasuo, ja. Winterwind, guide me. So, wie sieht's denn aus? Auf der Botlin? Hm? Oh, er farmt leider scheiße. Ja. Aber Ash kommt gleich und die werden sich gleich... Äh, wahrscheinlich auf Ash schmeißen. Also, noch hab ich TP, ne? Oh, ja. Oh, ja. Es ist hier. Wo genau? Im Gebüsch? Unten? Oder? Ähm, nee. Der ist schon weg. Der ist irgendwo... Hier. Irgendwo jetzt ist wieder in den Jungle gegangen. Nein! Nein! Wie hat der das überlebt, ey? Der Drecksack. Lol. Ich dachte, was pickt ihr mir? Nee, ich seh doch gar niemanden. Dabei ist er so freundlich und gibt mir die Blue. Er darf nicht. Ja, ja. Erst pingen und dann nicht geben, ja? Ja, aber der hat sich entschuldigt. Ja, im Nach... Genau, wie geht das nochmal um? Erlaubnisfragen ist immer schwerer als einfach um Verzeihung zu bitten. Ich weiss deinen Gedanken, den du hast, seit. Ich weiss deinen Gedanken, den du hast, seit. Alle zerstören. Ah, der hat sich schon Magic Resist gekauft. Hm. Wird ihm aber nicht helfen. Loll. Ich bin weder der erste, noch der letzte. Ah, der Bot. Der Farmer entsteht nur noch 10, das ist gut. Der Farmer entsteht nur noch 10, das ist gut. Der Farmer entsteht nur noch 10, das ist gut. Der Farmer entsteht nur noch 10, das ist gut. Der Farmer entsteht nur noch 10, das ist gut. Der Farmer entsteht nur noch 10, das ist gut. Der Farmer ist anscheinend irgendwo hier. Fiddle! Das war scheiße! Hast du gestorben? Ne, gestorben nicht, aber der ist mit seiner Ulti. Der Farmer entsteht nur noch 10, das ist gut. Der Farmer entsteht nur noch 10, das ist gut. In der Mitte, ja. Ne, der hat eben reingeholtet in die Mitte. Und weil er mich nicht bekommen hat, ist er mir hinterher geflecht. Okay. Und dann konnte er mir nicht mehr wirklich folgen, weil er eine Wall einfach mal in der Fresse hatte. Die habe ich erst vorher gekauft! Im Wall-Markt! Ach, war der Schlechte! Ja! Ey, hallo! Bin wenigstens ehrlich! Ja, sehr schön. Ich hab immer noch TP, ne? Also... Oh yeah! Vor allem, als ob dieser Hook irgendwas gebracht hätte. Hier, hier, ZP. Ah, vor allem... Ich glaub, er hat von den ganzen Hooks, die er jetzt gesetzt hat, hätte vielleicht zwei getroffen. Überhaupt. Ja. Oh... Oder einfach nur einen. Vor allem hier unten ist es einfach nur so eine Fresse-Farm-Lane. Ja gut, aber der Twitch will ja auch nichts anderes, ne? Naja, was braucht er sonst? Er formt einfach nur... ...es Late-Game und das war's. Ja. Und im Late-Game kriegt er erstmal Snare-Stun und... ...nochen-Stun und... ...damage ab. Wie schön für uns denn? Weil die ZP gar lange nicht mehr... ...weil die ZP gar nicht mehr... ...weil die ZP gar nicht mehr... ... das Twitchi-Witchi? Ähh, Twitch und Sash. Ich fahm mal grad einfach... ... alle Raptoren ab! Deren und meine, äh, also, ja doch, deren und meine. Du bist selber quasi so in der Rackung. Hä? Egal. Ne, sag nochmal. Oh, shit. Du gehörst quasi zu denen. Genau. Berater. Weißt du, was mir bei Anivia ein kleines bisschen nicht passt? Hä? Ihre Stimme. Warum passt die ihre Stimme nicht? Ich weiß nicht, ich passt irgendwie nicht zu Anivia. Wuhuhuhu! Hast du nur Fragen, Sett? Komm her, komm her, komm her. Ich hab noch was. Ich hab noch was. Ich hab 2000 Gold. Du bist schon beim zweiten Tower. Ja, ich... Ich geh mal grad gucken. Ach nee, ich hab Blue. Das heißt, ich hab deren Blue. Ich hab die Gelen. Ich bin ein Schwerf. Ich hab nemen da. Ich hab diese Gelen. Ich hab die Gelen. Ich hab die Gelen. Im Ernst, der Trash hat sich gerade eben um den Hook zu setzen, hat sich extra geflasht. Hier ist jemand gewesen jedenfalls. Da ist nämlich gerade ein Wort reingesetzt. Ah, da viertelsticks. Will nicht mehr in die Mitte? Nee, ja Mitte ist ja nicht mehr. Ich habe fast 3.000 Volt. Krass, ey, kannst du ja noch einen Rabatt kaufen. Was? Mir fehlt ein bisschen. Haha, ich habe mehr. Ich habe mehr Gold als zwischendurch. Kann ich Gras einkaufen? Warte, jetzt bin ich fertig, bin schon. Wow. Ah, jetzt weiß ich, was du mit dem Hooks meintest. Er ist, ne? Ja, ich habe gerade eben eine Viertel-Ulti und so weiter abgekommen, ja. Ich bin nicht gestorben. Hm. Hm. Ja... Okay. Vor allem, ich finde Einspruch von, ähm, Einspruch von Maokai geil. Welchen? Äh, ich weiß jetzt nicht genau, wie der auf Deutsch heißt. Vorsicht, unten. Oh, shit, 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 shit. Ja, die Aschette sowieso direkt gehen sollen. Oh, shit. Wow. Ah, ja. Oh, ich würde meinen Sist. Entschuldigung. Nichts mal lass ich mir Zeit. Jedenfalls der Spruch, den ich meinte. Ich weiß nicht ganz genau, wie der auf Deutsch heißt, aber auf Englisch ist es so in etwa... ... in den Wald fliehen? Ich bin der Wald! Ja, aber er hat recht. Wenn die versuchen, in den Jungle zu flüchten. Dann sagt er den! Ja, siehste. Ja, passiert manchmal tatsächlich. Oh, jetzt guckt die Katze ganz traurig. Tut die immer. Ja, weil die den Sist nicht bekommen haben. Ja, auf jeden Fall. Er will mal den Stacks sammeln. Nur am Rum muss er nie. Oh! Wir hatten da tatsächlich eine Strategie dahinter. Ja. Wow. Ja. Wow. Ah, das sind die nächsten Bobs. Die denken, die könnten im Gegend nie wieder eine Lane pushen, ey. Das war aber knapp. Mhm. Mhm. Ich weiß nicht, wie Servers es benutzt wird. Ja, sie haben es halt wieder nicht geschafft. Ey, die macht doch nicht mal in Blue. Tut die doch nicht. Jetzt schon Red. Glaub ich. Ich geh mal nach deren Blue gucken. In every smoker. Man kann aber so dreist sehen. Hey, da ist einer. Den gönne ich mir jetzt mal. Das haben wir gegönnt. Freut mich für dich. Danke. Dachte der sich, ne? Hm? Ja, der... Ne, der... Ähm... Ah, da ist der Dreckzack nochmal mit seiner Angel. Was? Ja, der wollte mir gerade den Blue wegholen. Achso. Ich frage mich, ob der das geschafft hat. Jetzt machen wir hier ganz sneaky noch das Ding. Wegen von der Fertil von der wird. Ja, aber wir haben den euer Betrieb. Wie, dass ich uns mit dem War. Und dann geht's mit ihrenметiven Krämpfen. So. Und dann geht das mit dem War. Und dann geht's alla laufendin. Und dann geht's mit ein bisschen. Oh an, dass du mich gerätetst. Und dann geht's mit dem War. Ja genau, geh einfach zurück, geh einfach zurück. Was verändert sich in der Welt? Thresh spielt immer so komisch, so aggressiv. Ja. Der Thresh? Ja, das Schlimmste ist, wir können das nicht mehr. Warte mal, warte mal mit hier. Das ist ja singed. Er hat's versucht. Ja, kam von hinten dran. Gab einen Versuch. Und hat, hat gewerkt, oh scheiße. Wir können wir machen. Ja, können wir. Ich erinnere mich noch an das erste Spiel, was wir hatten, weißt du noch? Mit Sona? Sona, Anibia, Solo Drake. Das allererste Spiel? Ja. Ich hab keine Ahnung. Schon so lange her. Oder war das zu viel? Ja. Ne, da hat, ähm, jetzt hab ich noch so gesagt. Äh, hol mal ein bisschen Mana. Und dann, ähm, gehen wir, ähm, und dann gehen wir mal Drake machen und so weiter. Das wär, wer hat das gemeint? nicht? Achso, wohl. Und dann hatten wir... ...welle Leistung. Ich hab echt keine Ahnung mehr. Aber dass du dich an Erinnerst. Natürlich, war eines meiner besten Games. Aber dann nicht an die Namen. Nee, nicht an die Namen. Aber ein Spiel. Ja, doch. Denkt der wirklich? Ja, das ist ein Spiel. Ich bin ein Mensch. Das sind ja alle Gegner weg. Was fällt denn denen ein? Hast du es gelesen? Was denn? Anivia, lass uns bitte einmal ohne dich feiken. Ja, was bist du auch so anhänglich? Ja, ne? Oh, warte mal, ich glaub Top kriegen wir sogar eingerissen, wenn ich mitmach. Ja, aber es ist besser, wenn du tatsächlich weggehst. Fuck, ich hab noch mal gepasst, Dieter. Aber du kannst es ja nicht zulassen, dass die Gegner auch in den Licht fallen. Ja. War nicht absichtlich. Warte, wir können doch Bot rein rein. Wenn du willst. Ja, jetzt sollen die mal mit soviel... ...Superversalien fertig werden. Ich war ja lowlife. Oh, nice. Echt? Ja. Ja. Fiddle. Oh nein. Ja, ne, das überlebt er nicht. War gemein. Ich... Also ich bin fast Full-Build, ne, mir fehlt noch ein letztes... Wirklich? Ein letztes halbes Reitings- Ich bin fast... Warte, ich bin fast mehr. Es hat mehr Gewin. Ich bin fast alle. Okay. Oh, ich bin nicht gestorben. Geil. Die da alle liegen. Und ich mit den Gegnern in ihrer Base. Ja. Ja.